Hallo, wir sind wieder da. Zurück aus der Sommerpause. Auf den höchsten Bergspitzen und am gemütlichen Seeufer. Der erste Musikvermittlungsstammtisch findet statt. Und Moderationen im Musikverein. Und ein Workshop im Musikverein beim Tag der offenen Tür. Und die Bergfeen fliegen wieder um die Welt. Und es gibt ein Märchen in Rohrrau. Und wir komponieren die Schöpfung neu. Und wir fahren mit dem Musikfrachter von Bon Bon nach Wien. Und die Glühwürmchen kommen vorbei. Und es wird barockt. Und Bergstanzl feiert seinen Geburtstag. Und wir organisieren so manche Fortbildungen. Sicher. Jetzt? 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 Jetzt?